ok willkommen zu einer neuen etwas anderen folge der moment wenn machen wir sind so langsam okay da wir sind welchen team hallo du musst du musst die gegner abschließen ich mag aber mann sind so viel an sich für die jose alt ist ja hier gibt es aber jetzt rot oder rot hänzise an den Ballons als es gibt alle es gibt aber er hat vorbeigefahren dass also im jahrelischen fielen hier irgendwie gibt es nein hey wie langsam ist es denn wie viel CCM er schön kann ich bin der Kiel sind dann doch nicht so gut weil es halt nur so langsam ist ach tschuldigung drehen wir um ja ok also ihr seht schon ich hab paar sonderregeln oh da war Baby Rosalina Bananen sind eigentlich gut also es sind nur noch 4 3 2 1 0 Sekunden und die erste Runde ist vorbei ich hab mal extrem also wir machen halt den Battlemodus aus Marika 8 den Test haben wir so gesehen oh ok ich finde ihn gar nicht gut ehrlich gesagt also der ist ja ich was abgezogen von jemandem ja ich hab dich doch abgeschossen wieso hab ich zwei punkte ja ich hab dich abgeschossen hab deshalb hast du einen verloren man startet mit drei ach so das sind die Ballons Anzeigen ah ja ok dann nächste Runde ok das ist für in der nächsten Runde ähm ja also dieser Modus ist wie soll man es sagen ich würde mal sagen sehr einfallslos oh ich mach jetzt mal was seltsames ach egal ich lass es ähm ja wir spielen den Battlemodus und man hat gar keine Erklärzeit oh danke Mario äh Wario ok man hat gar keine Erklärzeit weil es ja sofort weiter geht ähm so ziemlich der Einfallsloseste oh ich glaub das ist die Kultseite ja ich hab ähm Piranha wir wussten nur einer der Gegner oh äh äh nein nicht Link ich hab noch einen Ballon ok also ähm schnell erklärt ja ich hab das neu eingestellt das ist jetzt sowas wie ein Letztest oh es gibt die Brücke nicht und ja ähm ähm wir haben mal huh ähm ich hab acht Runden ich schieß mal die Gegner ab ich will da wird man unsichtbar hm bei was denn ich will unsichtbar ja weil du keine Ballons mehr hast ach so was dir jetzt auch nichts mehr bringt ah ich hab nicht verstanden wie es geht ok ich will das nicht schlecht komm ok ja ähm auf jeden Fall acht Runden jede Runde eine Minute weil damit es ein bisschen spannender ist und ähm ja auf jeden Fall ist es dieser ja was hast du gemacht dass du so wenig ja ich hab grad alle verloren egal auf jeden Fall erklär ich kurz ähm der Part wird jetzt auch wieder wahrscheinlich unter 10 Minuten werden außer ich ja lass diese Pause nochmal drin auf jeden Fall sind wir jetzt in der dritten Runde und wie gesagt es gibt acht Runden jeweils eine Minute und das blöde ist dass halt hier nein oh ich hab kein Item komm dass das halt ja sehr einfallslos ist wie das gestaltet wurde man fährt einfach nur auf den ganz normalen Strecken rum huh grün Panzer komm Baby Luigi ach egal ich schieß mal nach vorn natürlich ist dann der Peach egal ja auf jeden Fall und hier gibt es einfach na zack ähm ja der Modus ist halt sehr einfallslos und naja wir versuchen trotzdem das Beste irgendwie rauszumachen oh Stern das ist ja richtig episch ja ich hab Stern und Feuerbälle ja ich hab gar nichts ok wenn sie jetzt oh ich hab auch Stern ich hab gar nichts ja und natürlich niemand deiner Nähe ach egal es ist einer da war blauer äh blau Yoshi ja das ledig ich hab auf jeden Fall glaube ich ja ich einen zurück geholt ich weiß gar nicht äh das ist alles sinnlos ja ich hab grad wieder kein Item bekommen ok ich bin tot und ist schon wieder vorbei ich bin tot ja ich wurde gleich dreimal aus aus dem von unserem Team abgeworfen also ok na gut auf jeden Fall ja was soll man dazu sagen nächstes Mal verstecke ich mich ja das sind leider nur die ganzen neuen Maps ist ja Mario Kart 8 und ich mach grad 8 Glücks da kam aber auch schon zwei Parts Mario Kart 8 Glücks hab ich ja mit Matthias getestet ja und auf jeden Fall wie gesagt ähm 8 ja 8 verschiedene zufällige Maps jeweils eine Runde und äh jeweils eine Minute und ja wir haben mit zwei Teams Ex-Team am Ende der dann die meisten Punkte geklautert hat halt gewonnen und ich find's halt spannender weil so kriegt man viel öfters wieder ähm neue Ballons und ja mit neuen Ballons ist halt besser und hier glaub ich kann man richtig gut Leute treffen du musst bei diesen Wasseroasen da oder ich bin so dumm Wasseroasen bei diesen Oasen ach da muss man warten glaub ich ja da bist du auch ähm ich bin auf der anderen Seite von der Oase und warte hier einfach mitten in den Items ich weiß nicht ob es eine gute Idee ist aber ok ich hab mein eigenes gut hier ist so dead ach die spawnen nicht die Items ja wenn man drin steht ok ähm Luigi Hä meine Fresspflanze ist weg deine Fresspflanze ja ich hab deine Fresspflanze ja ich hab deine Fresspflanze oh ich wollte gleich nach hinten schießen egal naja auf jeden Fall ja das ist der Modi oh ich glaub ich hab auch eine Gegnerin gefressen das ist unfair ok auf jeden Fall ja so geht das halt der Mundus das sind einfach nur ganz normalen Strecken der Schlechteste das glaub ich so wir spielen das nie wieder Robin ja ja das ist ja auch schlechter Modus das sind wir in der 5. Runde und ne macht das keinen Spaß ach ja das muss jetzt auch keinen Spaß machen das Spiel das muss ja kein komm komm ich könnte sein dass es keine roten Panzer gibt äh doch ich glaube schon aber naja deshalb da gibt es halt fast keine Items und das ist macht es halt bisschen langweilig naja wir haben eigentlich furiose Items eingestellt aber irgendwie kommen keine furiosen Items also naja fast keine und das nächste naja es ist jetzt nur mal sowas um es euch halt zu zeigen naja es ist jetzt nicht das beste da wurden halt einfach die ganz normalen Maps genommen und ja bei den ganz normalen bei den ganz normalen Maps was was ist grad passiert ich hab immer nach vorne geworfen vor mir über ne Mauer ja also wie gesagt das sind halt die ganz normalen Maps einfach und ich muss einfach nur drücken egal was passiert bummerang hatte ich auch noch nicht naja wo meiner hat schnöpkeertwendung gemacht ja gut auf jeden Fall naja ist jetzt macht es nicht so viel Spaß aber wir wollen es euch halt zeigen und mein Gott das dauert ja erst nur 8 Minuten also es geht bis gleich es könnte sein dass das Video ziemlich genau 10 Minuten wird da ich sogar bisschen drüber und da ich ja sowieso keine Werbung mache kann mir dann auch keiner schreiben dass ich irgendwie das extra mache damit ich mehr Werbung schanken kann auf jeden Fall ich hab heute ein Video gesehen wollte es sehen und hab dann gemerkt ah nice warte kurz 10 Minuten Werbung und 7 danke fürs Item wegschnappen 10 Minuten Werbung und 7 ja Werbung geschaltet ist natürlich ganz okay eigentlich alles klar also ein bisschen aufwerben ok mir wurde schon zum zweiten Mal ein Item geklaut jetzt uh ich hab ein Item bekommen und Entschuldigung wenn jetzt oh ist ja in meinem Team wenn wir es jetzt nicht gut er du wenn ich den erwische naja mal sehen vielleicht da ist er ja wieder es gibt schon rote ja ich hab heute einen blauen getrunken ah nice naja ich hab einen roten nein natürlich in der letzten Sekunde Mist 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 ja gut naja auf jeden Fall dann würde ich sagen sehen wir uns in der siebten Runde bis gleich und da sind wir wieder ich muss grad den E-Mail mit irgendeinem Schmarr nerven hu hu das ist meine Aufgabe irgendwie sehe ich auch immer nur die vier gleichen Leute ich lege mal auf dieser Brücke hu ah ich hab mal auf der Brücke drei Bananen gelegt hu da war deine Spitz ta warte wer war das leg hier mal wieder was mal äh 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 ich mag die oh hier ja gut ok ich sollte nicht hier bleiben hallo Mort aaaah ok was war das grad naja irgendwie man trifft die Gegner nicht man kriegt auch nur solche richtigen meistens nur richtige Scheiß Items ja schau ich der war genau vor mir ich hab geworfen aber natürlich nicht getroffen ich hab ich krieg jetzt einen Stern am Ende tu den mal was ihm ein Item naja oh ich hab einen getroffen ich hab keinen getroffen ich hab dafür welche verloren ne gut ok auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich bei der Siegerung oder bei der achten Runde bei der achten Runde da sind wir in der letzten Runde und da geht es auch schon los also wie gesagt ich hab halt eine Minute gemacht weil ja wenn es eine Minute ist gibt es halt öfters neue Ballons und ich hab die nicht getroffen ok hier hast du gesehen ähm bei einer Minute gibt es halt viel öfters ach ähm gibt es viel öfters neue Ballons und naja da ist man nicht gleich raus und so ich hab schon wieder nur noch ein ähm ja noch einen Ballon spannend spannend ah oh komm komm Gegner kommt ok es kommt natürlich kein Gegner ja ich hab einen erwischt oh fasst doch eine zweite äh äh hu oh ich hab Baby Rosalina gar nicht erwischt äh nein jagt mich nicht hu schnell noch abfall hä 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 was ist ich hab Wario ja achso der hatte keinen Ballon mehr keine Ahnung ich hab ihn auf jeden Fall mit dem grünen Panzer getroffen und denn man kann nur Ballons ja das steht steht unten links aber man kriegt die Ballons halt dann nicht zu seinen eigenen können keine Ahnung auf jeden Fall Ergebnisse ok ich hab noch übrigens 15 Videos ok knapp ist das Sieg in der Weltgeschichte über einen reißerischen Titel damit auch alle draufklicken nein Spaß aber der war knapp sehr knapp ok da würde ich sagen ist aber ähm äh äh ist extra gezogen Robin das ist langweilig was du redest ok dann würde ich sagen laber ich noch schön mein Mann laber ich nicht weiter und würde ich sagen laber ich den ehemal gleich voll jo ok dann ich laber gerade echt nur der nächste Part wird eine kleine Überraschung die nächsten zwei Parts wahrscheinlich ihr werdet es sonst sehen auf jeden Fall wenn ihr den Part gesehen habt dann ja den nächsten Part würde ich noch mehr empfehlen ok dann dreht ihr ehemal jetzt den Pokal und würde ich sagen habt noch einen schönen Tag machts gut und wir sehen uns beim nächsten richtigen Marika Dachpart und bis bald kein Kampf ganz mal drin ok bis dann bis bald